1000 Zuschauer in Kaiserslautern sahen ein gutes und schnelles Bundesliga-Spiel mit vielen Tormöglichkeiten vor beiden Toren. Foul von Frankfurts Verteidiger Studer an Kaiserslauterns Roos. Stefan Kunz verwandelte den fälligen Strafstoß 1 zu 0 in der 19. Spielminute. In der Folge bestimmte Eintracht Frankfurt das Spiel. Die Hessen erarbeiteten sich gegen eine wackelige Abwehr der Pfälzer mehrere hochkarätige Chancen. Spitze waren die Frankfurter heute aber nur im Auslassen dieser Möglichkeiten. Trainer Jörg Berger unzufrieden, auch Verteidiger Ralf Weber trifft aus bester Position nicht. Die 1 zu 0 Pausenführung für Kaiserslautern entsprach nicht dem Spielverlauf. In der zweiten Hälfte wurden die Pfälzer aber stärker. Stefan Kunz machte das 2 zu 0 in der 49. Minute. Sein siebter Saisontreffer. Frankfurt litt unter dem Fehlen seiner beiden Stürmer Eckstein und Turovski. Bezeichnend, dass Libero Manfred Binz in der 89. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Endergebnis 2 zu 1 für Kaiserslautern. Frankfurts 1.